So also Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht ums Thema Intermittent Fasting und ganz besonders werden wir die Fragen beantworten, ob es denn nicht doch irgendwie die Muskeln anzapft oder den Stoffwechsel runterfährt, ja, das Fasten. Und dann natürlich auch noch, was daran eigentlich so toll ist und was ich so toll daran finde und was ich so tolles davon mitnehme und verspüre am eigenen Leib, ja, und was ich euch rate im Umgang mit Intermittent Fasting, ja, einmal hinsichtlich Fettabbau, Gewichtsabnahme, andererseits hinsichtlich Gesundsein, ja, denn das ist eigentlich das viel Interessantere beim Thema Fasten, die Gesundwirkung, aber man kann natürlich auch ein bisschen effektiver damit abnehmen. So, ihr habt noch ganz viele andere tolle Fragen gestellt, wie zum Beispiel, was bricht denn das Fasten, was ist erlaubt, was ist mit Cola Light, Energydrinks, Süßstoffen, Kaffee mit Mandelmilch, Rohkost, Brühe, was auch immer, was ist damit und wie bricht man dann am besten das Fasten, was isst man da. All diese kleinen Fragen, die man sich so stellt, ne, das sind alles diese Fragen, wo ich realisiert habe, die habe ich mich auch früher dann gefragt, als ich damit starten wollte und habe keine Antworten gefunden. Aber ich habe sie im Laufe der Jahre gefunden durch gute Recherchen, durch meine eigene Erfahrung, also ich kann euch da wirklich die Antworten liefern, das kommt im nächsten Video. Heute erstmal, ja, zu diesen wichtigen Fragen des Stoffwechsels und des Muskelabbaus und was überhaupt das Fasten so tolles bringt. Denn ich habe ja die Challenge ins Land gerufen, Stopp nach sieben, die startet offiziell ab morgen, beziehungsweise wenn das Video draußen ist, hat sie jetzt kürzlich schon angefangen. Stopp nach sieben bedeutet einfach für mich, dass ich nach sieben Uhr nichts mehr essen möchte. Denn das habe ich in den letzten Monaten sehr vernachlässigt. Das war eine Zeit lang meine Routine, mit der ich mich unheimlich gut gefühlt habe, weil es damit natürlich dann eine gewisse Zeit, also drei bis vier Stunden bevor ich schlafen gehe, nichts mehr zu essen gibt. Und das ist immer gut, denn dann können wir im Schlaf besser regenerieren. Dann ist der Körper nicht mit Verdauungsprozessen beschäftigt und kann sich besser selbst regenerieren und reparieren. Deshalb wir uns am nächsten Tag auch fitter fühlen, fitter aussehen, die Fettverbrennung läuft besser, die Hormone sind in Balance. Ja, und das ist bei mir so ein bisschen aus dem Ruder geraten, diese schöne Routine, die ich hatte. Ich bin auch nur ein Mensch, also bei mir geht viel Chaos ab dieses Jahr. Es hat auch noch nicht aufgehört, aber irgendwann muss mal Schluss sein. Ja, es werden nie die Umstände perfekt sein, um eine Diät oder Veränderungen zum Positiven ins Leben zu rufen und der nachzugehen. Es wird nie perfekt sein, Leute. Wir müssen da durch und man ist auch ruckzuck wieder drin. Aber man ist halt auch ruckzuck wieder draußen. Ich habe in den letzten Monaten wirklich einfach versagt in der Hinsicht. Weniger in der Nahrungsmittelwahl. Da muss ich sagen, habe ich mich absolut verbessert und das ist mein Glück dabei. Also meine Ernährung war, glaube ich, noch nie so hochwertig und clean wie in den letzten Monaten. Zum Glück. Ich glaube, sonst sähe ich auch jetzt anders aus. Was mir halt nicht gelungen ist, ist in einem guten Zeitfenster zu essen. Ich bin schon immer ein Fan von Intermittent Fasting gewesen. Warum, sage ich euch gleich. Ich habe auch Intermittent Fasting eigentlich sehr oft praktiziert in den letzten Monaten, aber in einem fatalen Rhythmus für mich. Also so, dass ich quasi erst abends gegen 5, 6 Uhr dann angefangen habe, mal einen kleinen Shake zu trinken und dann erst bis 1 Uhr circa so meine ganzen Kalorien mir reingeballert habe. Und die größte Mahlzeit war meistens irgendwie erst so um Mitternacht oder nach Mitternacht und danach bin ich ins Bett gegangen. Und ich habe gemerkt, wie schwer mir das fällt. Ich habe es ja schon versucht, die letzten Tage damit wieder aufzuhören. Also auch wenn ich dann jetzt die letzten Tage früher angefangen habe zu essen und dann auch meine Kalorien auch drin hatte und auch keinen Hunger mehr habe, abends dann so um 7, habe ich doch immer noch so, ne, bin ich noch in dieser Routine drin, dann doch nochmal irgendwie zu essen so spät. Versteht ihr, das schleicht sich natürlich alles ganz, ganz schnell wieder ein. Und deswegen möchte ich jetzt drei Wochen lang diese Challenge Stopp nach 7 auch richtig durchziehen, um da wieder reinzukommen. Der Hauptinhalt dieser Challenge ist einfach, dass ich drei, vier Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen nichts mehr esse. Ja, und das finde ich ist eine tolle Challenge für jeden, dass er auf jeden Fall seinem Körper da Ruhe gönnt und wirklich Regeneration im Schlaf gönnt und ihn nicht vorher noch mit viel Nahrung belastet. Wer kurz vor dem Schlafen gehen total Hunger hat, ja, das ist auch nicht förderlich für einen guten Schlaf. Der kann natürlich eine Kleinigkeit essen, Leute. Der trinkt sich einen kleinen Shake, der isst eine Banane oder eine kleine Portion Haferflocken oder was, ja. Dann kann er schön schlafen, alles wunderbar. Nicht zu verkrampft sehen. Aber eigentlich, wenn man genug gegessen hat am Tag, sollte das kein Problem sein. Dann sollte man jetzt nicht mit Magenknurren ins Bett gehen, ja. Also das ist jetzt bei mir weniger das Ziel, das ich abnehmen möchte bei dieser Challenge. Im Gegenteil, ich will ja momentan eigentlich ein bisschen Muskeln aufbauen wieder und das geht natürlich schwieriger, wenn man fortgeschritten ist, wenn man eben zu wenig isst. Deswegen werde ich natürlich auch gucken, dass ich genug esse, klar. Aber dieses Intermittent-Fasting-Zeitfenster gebe ich on top noch zu der Challenge dazu, sodass ich quasi, wenn ich um 7 Uhr abends aufhöre, am nächsten Tag erst um 11 Uhr wieder esse. Was heißt erst? Ich muss sagen, für mich ist das nicht schwer, um 11 Uhr die erste Mahlzeit einzunehmen. Ich habe schon lange mir das abgewöhnt, irgendwie aufzustehen und direkt was zu frühstücken. Das kann ich gar nicht mehr. Ich finde das komisch, ja. Das kommt so selten vor, dass ich wirklich früher als 11 Uhr frühstücke, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, wenn wir brunchen gehen, wenn wir mit Freunden frühstücken, wenn wir als Familie am Wochenende frühstücken. Das kommt schon mal vor, aber ich bräuchte es dann nicht. Das mache ich dann wirklich nur so aus Geselligkeit und weil es schön ist, so, ne. Aber das habe ich mir abgewöhnt. Für mich ist das nicht schwer. Aber ich weiß, jemand, der das nicht gewohnt ist, für den ist das erstmal, oh shit, ich bin um 6 Uhr aufgestanden. Wie soll ich jetzt bis 11 Uhr überleben ohne Frühstück? Das ist ungewohnt. Und da kommen wir auch schon zum ersten wichtigen Punkt. Fasten ist Übungssache, Leute. Das wird wirklich einfacher, je öfter man das macht, ja. Also egal welche Art von Fasten, ja. Entweder die 16 Stunden Fasten oder auch wirklich 24 Stunden Fasten oder auch eine Woche. Je öfter du einfach fastest, desto einfacher wird das. Ich hätte das auch nie gedacht, dass Fasten Übungssache ist. Aber es ist wirklich der Fall. Deswegen, ich habe damit wirklich nicht mehr große Probleme. Es ist natürlich auch von Tag zu Tag ein bisschen unterschiedlich. Das hat auch so ein bisschen was mit, ja, uns Frauen einfach und unseren Hormonen zu tun. Nicht jeder Tag ist einfach geeignet für uns zum Fasten. Es gibt Tage, da fühle ich das überhaupt nicht und dann mache ich das auch überhaupt nicht, ja. Und esse einfach, wie ich Lust habe, ohne mich an irgendwelche Fastenzeitfenster zu halten. Auch vorwiegend, wenn ich meine Menstruation habe. Auch dann ist mir überhaupt nicht nach Fasten oder nach irgendwelchen Regeln. Und da bin ich also überhaupt nicht streng oder so. Ich bin da ganz, ganz frei. Und das ist schon mal das, was ich euch mitgeben möchte zum Thema Umgang mit Intermittent Fasting oder Fasten generell. Seid da nicht so streng, ja. Wenn ihr euch danach fühlt, fühlt ihr euch danach und dann macht ihr es, ja. Studien haben tatsächlich auch belegt, dass es da auch wirklich Unterschiede gibt zwischen Männlein und Weiblein. Also, dass es für uns Frauen tatsächlich gar nicht mal immer so geeignet sein muss oder so empfohlen ist, wirklich sieben Tage die Woche zu Intervallfasten. Weil wir einfach eine andere Hormonlage haben. Und da sollten wir wirklich auf uns hören, ja. Aber lasst euch, da müsst ihr halt so ein bisschen, wenn ihr noch gar nicht gefastet habt irgendwie und damit erst startet, dann ihr werdet irgendwann rausfinden, okay, ich mache mir selber was vor. Ich bin einfach, für mich ist das einfach noch neu und total schwer. Oder aber nee, heute ist einfach wirklich kein guter Tag zum Fasten. Das werdet ihr dann irgendwann, ne, spüren und einschätzen können. Das ist alles wieder ein Prozess. Das kann man einfach nicht auf Anhieb, ja. Ich meine, dass das für jemanden, der das echt nicht gewohnt ist, erstmal schwer ist, ist einfach normal. Da müsst ihr dann schon mal ein bisschen durch, durch den Struggle wird sich lohnen. Warum, dazu komme ich gleich. Ich empfehle euch, durchschnittlich einfach mal drei bis vier Mal die Woche Fastenzeiten einzulegen. Aber wer da fortgeschritten ist und sich gut damit fühlt, der kann natürlich auch sieben Tage die Woche Intervallfasten an den Tag legen, ja. Und dann mal irgendwie zwischendurch ein paar Tage Pause machen. Ja, ich mache das, ja, kannst du durchschnittlich sagen, ein bis sieben Mal die Woche. Manchmal wirklich jeden Tag, manchmal aber auch nur drei Tage. Vielleicht habe ich auch mal eine Phase, wo ich nur einmal in der Woche dann Intervallfasten praktiziere, weil auch vielleicht so viele, ja, soziale Events und Zusammentreffen und Essen sind, wo das einfach auch nicht reinpasst und ich auch keinen Bock drauf habe. Und dann mache ich das auch nicht. Aber ich merke schon, dass ich es auch vermisse. Ich fühle mich einfach besser damit, ja. Wenn ich mal einen Tag lang nicht gefastet habe aufgrund von, ja, einfach weil ich aus Geselligkeit mit meiner Familie frühstücken wollte oder so, dann merke ich einfach schon, wie anders es mir geht, ne. Das ist dann nicht schlimm. Ich habe das ja freiwillig entschieden, ne. Das ist alles gut. Aber ich merke durchs Fasten einfach ganz, ganz viele Vorteile, ja, die auch erwiesen sind, wie zum Beispiel eben insgesamt eine bessere Regeneration. Wenn man denn jetzt nicht den Schlaf komplett ruiniert und irgendwann um 2 Uhr macht und ins Bett geht, dann braucht man auch wirklich weniger Schlaf, ne. Es muss natürlich eine gewisse Schlagqualität und ein guter Schlafzeitpunkt schon noch gewählt werden. Aber insgesamt braucht man tatsächlich weniger Schlaf. Man regeneriert effizienter. Das kann ich absolut bestätigen. Besserer Fokus, ja, bessere Gehirnleistung. Also dieses, was viele sagen oder viele Studien auch bestätigen, dass eben die Gehirnleistung beeinträchtigt ist und man sich so ein bisschen benebelt fühlt, wenn man einfach den ganzen Tag rumsnackt, kann ich absolut bestätigen. Deswegen, ich bin in meinem Fastenzeitfenster absolut fokussiert und funktioniere super und bin absolut fit. Insgesamt mein Immunsystem, ja. Fasten wirkt sich absolut positiv aufs Immunsystem auf. Und ich möchte von meinem Immunsystem toi, toi, toi behaupten, dass es sich wirklich absolut gestärkt hat. Ich war früher mindestens einmal im Monat wirklich krank, richtig krank. Ja, jetzt dieses Jahr war ich zweimal krank und das ist alles zurückzuführen. Jedes Mal auf Ansteckung durch Kindergartenviren, wenn da alle dich anhusten und anrotzen. Wenn ich mal wieder ausgeholfen habe. Ja, kommt vor, okay. Aber nur zweimal, ja. Insgesamt ist dein Blutzuckerspiegel ja viel, viel stabiler, viel, viel konstanter. Das heißt, du hast weniger Gelüste, weniger Appetit und Heißhungerattacken. Also das kann ich auch absolut bestätigen. Diese Abhängigkeit und dieses Unterliegen von irgendwelchen Gelüsten, das geht wirklich weg mit der Zeit. Und das erleichtert auch einem einfach das Leben, ja. Abgesehen davon ist es einfach easy, wenn du nicht den ganzen Tag darüber nachdenken musst. Okay, was esse ich gleich, was esse ich gleich, was esse ich gleich. Weil, ja, mit der ersten Mahlzeit wird das natürlich, kommt das Essen und das Snacken erstmal so ein bisschen in den Flow, ne. Wird so getriggert. Und das hast du halt nicht, wenn du erstmal wartest, ja, bis du anfängst zu essen. Abgesehen davon muss ich auch sagen, habe ich in meiner Familie und in meinem Bekanntenkreis einige wirklich schwere Krankheitsfälle gehabt, die durch Intermittent Fasting sich unheimlich verbessert haben, wo keiner mehr dran geglaubt hätte. Und das sind dann immer so Dinge, die für mich wirklich, ja, dann endgültig überzeugend auch sind. Das, was ich selber spüre und das, was ich dann wirklich live an Menschen sehe, was das mit denen macht. Das Ding beim Fasten ist, wenn wir eine gewisse Zeit lang nicht essen und man kann diesen Zeitraum noch nicht so genau festlegen, aber so ungefähr ab 12 Stunden beginnt es, besser ab 14 und dann wird es immer nur noch besser und intensiver, die Autophagie. Das ist eben der Zustand, in den der Körper dann gerät, der bedeutet, dass die Zellen sich selbst recyceln. Dass sie quasi den Müll, den Zellmüll umwandeln in Gutes, ja, dass sie Proteine recyceln und auch Fettsäuren recyceln, ja. Das bedeutet auch gleichzeitig, dass du, wenn du regelmäßig fastest, weniger Protein aufnehmen musst, weil der Körper viel effizienter arbeitet und viel mehr Protein selber recycelt. Versteht ihr, das ist das Tolle. Deswegen, die Frage kam auch so auf, wie kommt man denn auf genug Protein? Du brauchst dir da gar nicht so große Gedanken zu machen, weil du brauchst weniger Protein, wenn du fastest, ja. Es wird 1000 bis 2000 Mal mehr Human Growth Hormone, ja, Wachstumshormone ausgeschüttet. Und das ist unfassbar krass. Das ist Verjüngung pur, Anti-Aging, Muskelaufbau, Immunsystem stärken. Das stärkt alles. Das regeneriert alles. Es verjüngt quasi alles und es baut natürlich auch alles Positive auf, was du aufbauen kannst. Ebenso auch die Muskulatur, wo wir schon beim Thema wären, macht euch keine Gedanken um eure Muskulatur. Die wird nicht so schnell angezapft. Nein, dazu hast du viel zu viel Human Growth Hormone quasi, was das quasi ausbügelt. Jetzt umgangssprachlich gesagt, das Wachstumshormon hat diesen Protein Sparing Effekt, falls ihr das schon mal gehört habt. Das bedeutet einfach, dass er deine Muskeln davor schützt, dass sie angezapft werden, ja. Des Weiteren fördert es den Fettabbau. Es fördert wirklich alles Gute in deinem Körper um ein Vielfaches, wenn es natürlich vervielfacht ausgeschüttet wird. Und das sind Dinge, wo ich mir denke, wir wären dumm, wenn wir davon nicht Gebrauch machen würden. Und wenn man mal ganz, ganz zurückschaut, was ich sehr, sehr gerne tue, in den ganzen Ursprungen in der Natur, wie das früher war, dann ist es auch einfach absolut unnatürlich, den ganzen Tag zu snacken, den ganzen Tag zu essen, ja. Also früher gab es einfach auch, ja, Essens- und Hungerperioden. Und darauf ist unser Stoffwechsel ausgelegt. Und der wird so schnell auch keine Muskulatur anzapfen, die so wertvoll ist, um jagen zu können, um sich fortbewegen zu können, versteht ihr? Rein so mal gedacht ist das Ganze auch sehr, sehr logisch. Und ich habe es am eigenen Leib gespürt, Leute. Ich mache seit Jahren jedes Jahr den Ramadan und Intermittent Fasting. Und ich kann nur sagen, ich baue stetig weiter Muskeln auf, ja. Und ich habe meine Muskeln gut geschützt während den Fastenperioden. Wenn man während dem Intermittent Fasting wirklich richtig streberhaft Gains machen möchte, dann muss man so ein paar Dinge beachten, ja. Dann ist es zum Beispiel von Vorteil, wenn du, ja, dein Training so legst, dass du kurz nach dem Training dein Fasten brichst, ja. Und dann auch ein bisschen guckst, dass du dann auch, ja, ein ordentliches Post-Workout-Meal dir zu diesem Zeitpunkt reinballerst. So Sachen, ja, sind dann wichtig. Und dass du natürlich insgesamt auch kein Kaloriendefizit hast. Aber insgesamt braucht ihr euch da keine Sorgen zu machen, gerade als Anfänger. Ihr werdet Fett verbrennen und eure Muskeln behalten. Ja, das ist ja das Schöne. So, das sind eben die Gründe, warum ich so überzeugt bin und so ein Fan davon bin. Und ich jedem wirklich rate, überhaupt das Thema Fasten in sein Leben zu integrieren. Es gibt auch diejenigen, die Intermittent Fasting gerne machen im Sinne von einen Tag essen, einen Tag fasten, einen Tag essen, einen Tag fasten. Versteht ihr? Da gibt es ja verschiedene Methoden, ja. Manche essen den ganzen Monat lang, machen dafür aber drei Tage Dry Fast, ja. Oder ihr müsst euch vorstellen, Dry Fast, wo du wirklich nichts trinkst und nichts isst, das ist wirklich was für absolute Profis. Ich meine, das ist quasi Ramadan, was aber teilweise auch noch länger rausgezögert wird. 48 Stunden, 36 Stunden lang sogar, aber damit sollte man ein bisschen respektvoll auch umgehen. Das braucht ein bisschen Übung und, ja, da sollte man nicht so leichtheitlich mit umgehen. Das ist jetzt nicht ohne, sag ich mal, gerade am Anfang. Aber ihr müsst euch vorstellen, einen Tag Dry Fast ist ungefähr so effektiv und hat ungefähr die ganzen Vorteile für uns, die drei Tage Wasserfasten mit sich bringen. Und das ist natürlich, ja, eine Menge. Also du hast quasi den verdreifachten Verjüngungseffekt, Fettabbau-Effekt, Human Growth Hormoneffekt quasi. Das sind wirklich interessante Dinge. Also ich bin absolut dafür, dass sich auf jeden Fall jeder mal mit dem Thema beschäftigt und das mal so ein bisschen ausprobiert oder immer mal wieder macht. Ich habe das auch am Anfang total falsch gemacht, Leute. Ich habe mich auch eher durchgemogelt und sehr sporadisch gemacht, aber das ist halt auch wieder ein Prozess. Du kannst nicht von heute auf morgen irgendwie mal eine Woche durchfasten. Du kannst nicht von heute auf morgen zwei Wochen lang intern mit dem Fasting machen oder auch drei Tage am Stück. Das ist für Ungeübte wirklich hart. Und deswegen sage ich euch, auch wenn ihr noch so into it seid, to join my challenge, ja, auch wenn ihr da gerne genauso mitmachen wollt mit meiner Challenge und euch da anschließen wollt und das genauso machen wollt, wie ich das mache, also nach sieben nichts essen und dann auch frühestens um elf wieder anfangen. Ich meine, noch besser ist es natürlich, noch später anfangen zu essen, weil du dann natürlich diese ganze Phase noch mehr, also diese Autophagie-Phase noch mehr vertieft und verstärkst. Die wird ja umso intensiver, je länger du das Fasten halt fortsetzt, ne. Das ist ja das Schöne. Deswegen sage ich auch, klar, 16 Stunden sind schon sehr, sehr gut. Da bist du auf jeden Fall drin schon, gut drin in diesem Autophagie-Status. Zwölf Stunden sind auch schon gut, Leute, ja, also, ne, alles cool. 14 Stunden sind auch schon super, auch schon total effektiv, macht euch da nicht so einen Druck. Aber 18 Stunden sind natürlich noch besser, ja, 20 auch. Also, wer fortgeschritten ist von euch, gerne mehr, ja, aber da müsst ihr bitte selber eigenverantwortlich gucken, wie ihr euch fühlt, wie ihr das könnt, ja, macht euch da nicht so viel Druck. Auf jeden Fall wichtig ist, ja, wir wollen einen besseren Schlaf, wir wollen besser regenerieren im Schlaf. Das ist so der Kern dieser Challenge. Und deswegen sollten wir wirklich eine Weile vorm Schlafen gehen, nichts mehr zu uns nehmen. So, achso, ich rede hier natürlich jetzt die ganze Zeit von den gesundheitlichen Vorteilen vom Fasten. Es hat natürlich auch unheimliche Vorteile, wenn man abnehmen möchte, klar. Es zählt natürlich immer noch ein Kaloriendefizit, aber anders, Leute. Und ich bin auch der Meinung, dass du, wenn du intermittierend fastest, also Intervall fastest, dass du auf jeden Fall mehr Kalorien zu dir nehmen darfst, als wenn du nicht zwischendurch fastest. Aber das ist wieder ein anderes, komplexeres Thema, kann ich gerne im Video zu machen. Und, was ich euch auch sagen möchte, es gibt viele, viele Regeln, aber verkompliziert nicht alles. Es ist wunderbar, wenn ihr 14 Stunden fastet, ja, mit Wasser, ja. Ich rede jetzt noch nicht vom Dry Fast. Das ist schon super, ja. Wenn ihr die 16 Stunden nicht schafft, kein Problem. Und es ist dann auch wirklich nur noch ein i-Tüpfelchen, was ihr dann in eurem Zeitfenster esst, was ihr als erstes esst. Also, ich rede immer davon, dass ihr euch hochwertig und unverarbeitet ernähren sollt, ja. So natürlich wie möglich. Wenn ihr das einfach beherzigt, dann ist alles easy, Leute. Dann ist alles easy, ja. Also, dann macht euch keine Sorgen. Einfach versucht die 16 Stunden zu schaffen. Wer mehr kann, super. Wer ein bisschen weniger kann, der nähert sich dem Step by Step, ja. Der eine schafft einmal die Woche, der andere zwei, drei, vier, fünfmal. Guckt, wie ihr das könnt. Nähert euch ein bisschen, steigert euch immer ein bisschen, übt das, ja. Es wird euch nur gut tun. Also, jede Stunde, die ihr fastet, ist ein Schritt nach vorne, ja. Und ich sage mal so, ab zwölf Stunden wird es interessant und sehr, sehr gut für uns. Und wenn wir dann in unserem Zeitfenster, wie groß das für jeden auch sein mag, ist ja auch komplett unterschiedlich. Manche sind auch mit einer riesigen Mahlzeit am Tag absolut happy, ne. Ich mache in der Regel zwei bis drei Mahlzeiten, ja. Aber so zwei Mahlzeiten sind auch perfekt, ja. Je weniger, desto besser, sage ich mal, in eurem Zeitfenster. Also, je kleiner das Zeitfenster ist, in dem ihr esst, ist natürlich alles besser. Aber das muss jeder für sich entscheiden, ja. Wenn ich ganz streberhaft wäre, dann würde ich eine Mahlzeit am Tag nur essen. Aber das schaffe ich auch nicht. Dann habe ich persönlich das Gefühl, ich habe heute noch einmal gegessen, mir fehlt was, ja. Also, das ist zum Beispiel für mich nichts, auch wenn das der absolute Strebermodus wäre. Aber, ne, man muss nicht übertreiben. Es muss auch alles immer auf Dauer durchführbar sein für uns. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten bringt es nichts. Wir schmeißen das Handtuch, finden das scheiße und geben auf und wollen damit nichts mehr zu tun haben. Das muss auch alles in unseren Lebensstil passen, ja. In unserem täglichen Alltag. Faustregel, ne. Nährt euch den 16 Stunden. Versucht, die hinzukriegen, fasten. Und dann ernährt euch so natürlich wie möglich und hochwertig und unverarbeitet wie möglich. Das ist alles, Leute. Dann seid ihr sowas von safe. Da macht ihr alles schon wirklich tausendmal besser als der Durchschnitt, ja. Also, als die meisten Menschen jemals auch nur ansatzweise tun werden. Also, dann seid ihr auf einem absolut guten Weg. Glaubt mir. So, und guten Schlaf und frühen Schlaf. Aber ihr habt mir so viele interessante Fragen gestellt. Und all diese kleinen, interessanten Fragen von wegen, was darf ich essen und trinken, was zählt, noch als Fasten, was nicht, drehe ich euch jetzt auch noch ab, kommt auch in Kürze auf. Und dann kommt natürlich das Full Day of Eating und so weiter und Training und so weiter. Danke, wenn ihr mir so lange zuhören konntet. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Und, ja, bis dann. Macht's gut. Ciao.